meine damen und herren hau und herzlich willkommen back topic back topic so topical thunder load me in ja moment ich muss einfach gucken wie das denn hier nochmal ja shift tab spiel herstellen da ist er ja 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 ich will ja ich bin imotep imotep der schreckliche weiter müssen wir weitermachen ist das dann richtig wir haben den tempelslicht absolviert jetzt geht es weiter im tempelgelände right weiter 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 oh nein oh nein nein ich habe es gerade noch counter strike gespielt jetzt spielt er skyrim ich habe es eben noch laufen gespielt laufen naja nicht wirklich was ist laufen für ein spiel jamestown jamestown kann man immer mal so cool eben so eine runde spielen so sammeln sie 10 rote schädel alles klar ja bonus herausforderung was lädt er denn jetzt eigentlich das spiel das ist ja wie bei my sims warte auf beitritt eines weiteren spielers was hast du damals in dem review gesagt und er lädt schon wieder und du er hat schon wieder vergessen wie es draußen aussieht unser my sims my sims my sims ja wie ist es doch my sims oder ja ja diese kristalle die vom himmel fallen und nichts passiert mehr sonst ja flaumen voll ab flaumen flaumen bis ins spiel startet in 0 sekunden 0 sekunden ja dann jetzt hopp multiplayer technisch geht das echt ab meine güte imotep wir haben ja voll die waffen weil wir halt schon mal weiter gespielt haben oh vorsicht head up bombe erst noch mal gucken wie das war ah ja genau uuuh uudi aber hatten wir nicht auch andere waffen ja ja im d-pad upsala what are you doing keine ahnung fortsetzen fortsetzen what are you doing omg ich könnte die waffen wechseln ach da mit dem d-pad man ja ich könnte boden gut machen wenn ich durch die spinnen guff gehe ja lass uns boden gut machen ja lass uns boden gut machen was geht hier ab weiter nicht spiel verlassen willst du mich verarschen ich hab das doch gar nicht angemacht das war doch von dir ja ach so ja ok klar aber ich hab auf spiel ich hab doch auf spiel fortsetzen gedrückt dann fragt er mich ob ich das spiel verlassen will äppeln kill those fucking rabbits ja was auch immer das wie ich ja sind ich bin voll die doppel utzi ey was geht ab das dauert immer noch so lang ja vdsl ist seit letztem mal nicht besser geworden ja ich nehme lieber wieder meinen zahnstocher hier ja ich nehme auch mal die standardwaffe wir wollen mal den spiel Oli hier schluckt mein Stab eat shit and die Kirati passt natürlich gut das ist so geil denn der Stock ist einfach ein One-Hitter ja der geht gut ab ne ja der ist geil ich glaub es gibt ne Belohnung wenn man alle Autos in die Luft sprengt hier zerstöre 10 Trucks weil die schon kaputt sind sind kaputt Schade dass es keine ähm keine Minimap gibt ja nur Big Map das würde so Diablo-like abgehen Big Map Hunters jetzt gesehen wie ich die wegholze oh shit wieder äh chilled oder so wie war das noch so get me out of here jetzt können uns einen blasen was get me out of here jetzt können uns einen blasen holy shit Tempel of Doom Worm Groove anscheinend braucht man auch die übrigen Goldscheiben ah ok da wissen wir also schon mal was wir machen müssen wir brauchen Goldscheiben wir müssen Goldscheiben finden in einer Sonnenform lecker Goldscheiben leer da mal leer da mal oh Gott start at the hive start at the hive was für'n hive ja der der eine da Dr. Jekyll und Mr. Hive er geht voll ab der Stocher ey leg mir am Arsch besser nicht hey du bist nicht durch meinen ersten Stock gestorben was geht ab Skandal ja ein tolles Action Spiel ist das hier ja paar Knobel Elementen die ist Energie ich nehm die mal mit kann mir schaden da 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 hast du eigentlich dein äh meine dein Ding ist angemacht oh Gott what are you talking about dein Handy dass wir wissen wann 20 Minuten um sind ne ich dachte mir wir machen einfach immer levelweise ok ja warum nicht aber wenn die Platte voll ist letztes Mal hat's mit dem Level ja so gut gepasst wenn ich wenn ich reise ist es weise mach ich levelweise let up levelweise ja die Pilotfolge war ja gerbe erfolgreich danke an Q Krokos Feedback ich weiß zwar nicht mehr was du geschrieben hast weil's schon zu lange her ist und mein Hirn zu matschig war die letzten zwei Wochen ja wir müssen ja jetzt erstmal die unheimlich lange wenn wir die Sommerpause beenden ja Grimpale Grimpale Infekte inklusive ja man hört's vielleicht bei mir noch ein wenig ja bei mir muss man es hören ne ich brauch Mitleid Mitgefühl bei mir hört's sich ein bisschen an als hätte ich so ne Stange was da oben ist so ein Ding how does this work ja da müssen wir da hinten rüber da hinten da rüber da 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 hängen da 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 der Lüfter ach muss ich Wall Run machen dann kannst du da einmal swingen na swinglele ring ding dong wie ging das noch so wei ok und du komm rüber Ja, das ist auch cool. Okay, und jetzt, ja. So oder halt aufs Schild. Finden sie die fehlenden Sonnenscheiben. Wenig die zweite finden sie. Ja, dann müssen wir doch nicht bescheiden, was wir jetzt tun müssen. Gaming for Dummies. Ist man hier runter? Unfassbar. Sie haben eine gefunden. Finden sie nun die zweite. Da oben sind, äh, Schätze. Kann man hier reingehen, wo die rauskommen? Ne, ne? Aua! Was kommt denn her? Doch, da kann man reingehen. Entschuldigung. Da ist irgendwas. Voll die Gruft, ey. Schöner Sound. Geschichten aus der Gruft. Okay. Du bist da hoch wohl. Ja. Dann musst du dich da draufstellen wohl. Aber das reicht nicht. Das reicht wohl nicht. Was bringt es mir denn, wenn ich da oben bin? Kannst du von der Treppe aus noch einen werfen? Werf mal einen unten. Wenn du unten bist. Dann von der Treppe aus. Genau. Er ist zu hoch. Ja, dann mach noch einen. Bisschen tiefer. Jetzt geht der obere weg. Aber passt. Okay, und du? Hm. Ja. Und jetzt? Ja. Haben wir das auch mal gemacht. Jetzt kannst du wieder runterkommen. Jetzt musst du doch irgendeine Bewandtnis hier haben, oder? Keine Ahnung. Vielleicht war da mal was, was wir schon eingesammelt haben. Maybe so ein Item, was du einmal einsammelst und du dann immer hast. Vielleicht eine Waffe oder so? Okay. Könnte ja sein, ne? Schreibt es bitte in die Comments. Ja, wer es weiß. Ja, normalerweise leuchtet dann doch vorne an der Gruft noch was, ne? Stimmt, hier leuchtet auch nichts. Da leuchten die Fackeln noch mehr. Er hat schon alles aufgehört zu leuchten. Ja, okay, alles klar. Wollen wir uns nicht aufhalten mit solch unnötigen Kram? Jawohl. War denn jetzt da rechts noch irgendwas? Es ist schade, dass es kein neues Spielbutton gibt. Hier, rechts ist Abgrund. Oder meinst du weiter rechts? Ja, wir sind doch hier eben... Oh! On the moon. Wir sind doch gleich nach oben gelaufen. Hier ist bestimmt doch irgendwo so ein Truck. Lalalala. Bäm! Holy Moly, was ist das denn? Ach, du Scheiße! Bäm! Du kriegst den Kill. What an asshole. Oh, I like the bullshit. Was soll ich denn damit? Das aufschneiden. Ey, wie die abgeht! Weee! Hatte keine Bewandtnis, wa? It's the kind of magic. So, das wäre der erste Streich gewesen. Ja, der zweite folgt in eine andere Richtung. Da unten liegen noch Waren, ne? Ja, wenn wir nach oben gehen, kommen wir da bestimmt runter. Da können wir nämlich auch über den Fluss. Guck mal, da ist doch noch eine Gruft. Ja. Mein Freund. Da leuchtet das so komisch. Au! Meinst du, da können wir hin? Meinst du, da sollen wir mal gucken? Komm, wir gucken mal. Da kommen wir ja auch nicht runter. Nee, du hast bestimmt, wenn du nach Norden oder so hier nach Westen gehst, dass du dann... Norden, Westen. Norden. Norden, Commander. Nutten. Hier? Nee. Nee. Nordige Nutten, Commander. Grüße, Commander. Grüße, Commander. Kann man nochmal dodgen. Ach da. Weee! Das ist wie bei Zelda. Also 3D-Zelda, weißt du? Die ganze Zeit aus war ich noch ein bisschen schneller. Überqueren sie den Fluss, ohne Wasser zu berühren? Was? Wo siehst du das? Da kam gerade so eine Bonusaufgabe. Die ist jetzt wieder weg, oder was? Weiß ich nicht, ob die jetzt schon gekillt ist. Muss ich mal gucken. Ah, überqueren sie den Fluss, ohne das Wasser zu berühren. Aha. Pau. Soll das gehen? Immer noch so eine Kugel drauf, und dann... Ja. Nee. Ja, sein könntest du da so. Oh! Meinst du nicht? Ach du Scheiße. Doesn't work out. Hat ja mal sehr gut funktioniert. Ja gut, vielleicht muss man da irgendwas machen. Noch ein paar Kugeln an Land ziehen, oder so. Au! Bam, 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 bam. Oh, ich hab Level ab, oder so. Ja, irgendwas passiert. Irgendwas kann man dann noch machen, da. Wo kommt ihr denn hergeflogen, ey? Ja, wo kommt ihr denn hergeflogen, ey? Ja, echt? Jetzt mal gut hier. Wo im Karton? Wo im Karton? Please be quiet in the box. Be quiet, ey. Halt die Schnauze, Netzteil. Ähm... Hier, muss doch irgendwo diese... diese Höhle sein, oder nicht? Muss man hier runter? Quiet up. Jaaaaaa... Oh shit. This was intelligent. Jetzt haben wir bestimmt die scheiß Sonne verloren. Ach nee, doch nicht. Haben doch Dreck wieder hier, überqueren sie den Fluss. Mach doch mal. Ich steh mich drauf und du schießt. Ach shit. Jetzt hab ich schon Wasser berührt. Ey, wo kommt ihr ganzen Penner denn her? Echt jetzt? Haltet eure Fresse. Ey, du hast doch eine Shotgun. Ja, ich dachte, komm. Let's use the advantage. Ne, ist ja okay, aber ich hab keine Shotgun, glaub ich. Du hast nur eine MP und zwei Uzzis. Oder zwei dieses Sturmgewehrs, doch auch. Ja, ist sturmgewehrisch. So, auf ins Abenteuer. So, auf ins Abenteuer. Guck mal, ihr Säcke. Wo kommt ihr denn her? Aua. Mal queren sie den Fluss ohne... Ah. Ah. Ja, die ist jetzt bestimmt weg, die Aufgabe, oder? Nein. Wo bist du denn jetzt? Keine Ahnung, ich bleib hier gerade an irgendeinem Baum hängen. Komm hier außen rum. Ich leuchte auf jeden Fall da unten. Kann ich da irgendwas machen? Oh. Ja, das ist halt, das ist halt die... The question of the question. Ja, mach du das. Mach das Ding. Oder nicht. Das ist schwierig irgendwie. Ah, jetzt. Wey. Okay. Du hast jetzt auch ein Level ab. Ja, irgendwas. Wuhu. Krass. Gesundheitspower ab. It's simple as that. It's so easy. Warte, was ist denn hier noch? Oder ist da nichts? Da ist ein Wasserfall. Okay. Mit dem wir schon... Na gut, den sollten wir nicht nochmal testen. ...erfahrung sammeln durften. Lalalala. Achso, wie war das noch? Wey. Na toll. Ah. Oh nein. Wie die Köpfe... Köpfe... Oh Gott. Geiler wie Spawn. Ah. Ihr Kinder. Oh. Bam. 4 out of 10. 4 von 10. Und wenn wir alle Trucks zerstört haben, wissen wir nicht, wie wir hier wegkommen. Ja. 6 von 10. Das geht ab. Der stirbt ja schon gut, der Bär. Box der Papst im Kettenhemd. Die Höhle haben wir auch schon gepackt. Ja, die haben wir auch schon mal gemacht. Okay. Da kann man mal sehen. Wir haben mal so schon ein bisschen gespielt hier. Ja, wir haben das damals, glaube ich, irgendwie 4 Stunden am Stück gezockt oder so. Wait. What the fuck is that? What the fuck? What the... Hier ist TNT. Ich kann es nicht treffen, Leute. TNT. Oh, Ammo. Munitionslager. Achso. Das ist ja faszinierend. Das ist vielleicht nicht in die Luft schweig. Geht auch gar nicht. Ja, brauchen wir Kugeln oder was? Krieg mal Bombe. Oder zumindest eine Kugel. Müssen wir doch mindestens eine Kugel holen. Benutzen Sie Bomben, um Objekte in der Spielwelt zu bewegen. Hä? Quatsch. Ah ja. Hier. Achso. Mach mal dahin. Alles klar. Ja, 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 ja. Brauchen wir ein bisschen länger bei sowas. Drei, zwei, eins. Bam. Finden Sie das Letzte. Ach. Ja, jetzt geht es auch da runter. Wo du so gerne hin wolltest. Wo du so. Du so. Sudo du so. YOLO. M, M. Yeah, man. Truck, man. Ah, shit. Ah. Bam. Holy shit. Holy shit. Ah. Ah. Er hält sein Schild überm Kopf. Makes a lot more sense. Wie kann ich das denn vor mich halten? Das ging doch auch. Alles klar. Alles klar. Was tun Sie alle Trucks? Ehrlich? War alle kaputt hier, oder? Ich hab schon vergessen. Oder was? Ey, was ein Lag beim Aufsammeln. Ja, ist der Hammer. Da brennt einer. Ja. Way. Speed up. Speed up. Down. Left, right. Speed up, speed down. Ah. Ah. Oh, man. Makes me fettig. Und nu? Du kannst doch nicht an der Wand entlanglaufen, oder was? Nee, ne? Nee. Äh. Moment, da rechts geht's hoch. Schmeiß dir doch mal einen Pfeiler da dran und hüpf rüber. Ach so. Ja, oder so, ne? Oder so. Komm hoch. Komm hoch, mein Junge. Nein! What are you doing? Ja, ich möchte hier mal oben gucken. Das andere Ziel. So. Thanks. Hat sich voll gelohnt. Way. Schöner Aussicht. Hat sich voll gelohnt. Ah. Okay. Ach komm, hüpf doch da runter. So. Speed up. Ah. Zwei Stück noch. Acht von zehn. Bin bald tot. Dödelig. Dödelig. Let up is dödelig. This game is dödelig. Ah, da kannst du Grinch stehen bleiben. Totally restored. Ah. Kann ich richtig meine Twinstick-Fähigkeiten unter Beweis stellen? Das ist der Hammer. Darf man in das Wasser rein? What are you doing? Ja, a test chamber. Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher quest chamber. Oh, Tür auf. Tür rein. Warte, warte. Wait. Wait for me. Wait for it. Ach, scheiße. Ich drücke immer die falsche Taste. Die einfach da hoch hechtet. Ja, da musst du mich garden. Oh, der ist ja. Totally got it. Ach, ehrlich. Bringen sie zurück. Hier. Wie geht's weiter? Ja, man. Ach, jetzt raus. Ah. Truck, Mann. Was zur Hölle? Oh Gott, ich stehe im Typenrecken-Gesicht. Hey, das ist Chuck, cool. Er ist mal halbe Map in die Luft gesprengt. Oben sind noch Typen. Ja. Hey, da kann man ja hochschießen. Einfach mal... Predictive Charts. Oh. Das wäre keine gute Idee. Nicht wie am Wasserfeil. Health Pack wäre jetzt nicht schlecht. Oder nochmal so eine... So ein Brunnen. Regeneration Station. Regeneration. Oh. Zwei Dumme-Eingedanke. Edelstone. Bernie Edelstone. Bernie Edelstone. Hier sind noch ein paar Bernie. Oh Gott, was war das? War doch nur eine Kiste. Voll die Hovering-Scheiße hier. Homing-Missiles da. Jetzt aktivieren da. Du musst da vorne hinlaufen. Oder so. Aber es fehlt uns noch ein Truck. One big damn truck. Ja, ich bin doch jetzt aufgeladen. Ich muss das doch irgendwie... Entschuldigung. Nein! Was ist los? Walsch Knopfe drückt. So, alle drin. Fleisch klumpen. Jetzt geht die Gruft auf. Das ist ja schön, aber... Uns fehlt ein Truck. Uns fehlt ein Truck. Muss ja irgendwo hier sein. Kommt da oben die Spinnen raus, oder was? Bleibt wo ihr seid. Wir brauchen einen Truck. We need a truck. We need a ride. Was ist das? Ey! Weder-Druck-Gewehr. Wie geil ist die denn, ey? Voll die Flinte. Cool. Flint-Hammerhead. Was ich das noch erleben darf. Gutes Sounds. Ja. Das ist die gute Frage jetzt. Ah! Dass die Dinger so homing sind. It's not fair. Bam, bam, bam. Schnell der weg ist mit der Flinte, ey. Ja, dafür verbraucht die halt Ammo. Flint, look what? Oh, I've been looking for a truck. Wir könnten nochmal durch die Gruft gehen. Oder wir könnten auch nachher... Kannst du hier hoch fly? Da waren wir nämlich an einer Stelle, waren wir noch nicht. Das wüsste ich. Hier runter, oder was? Schön durch das Wasser rollen. Meinst du hier runter noch? Nee, äh... Aber wie sag ich das jetzt? Wir sind doch gerade in Norden rausgekommen. Ja. Und das heißt, da ging's doch hier nach unten. Aber hier ist doch alles kaputt. Ja. Ja, da müssen wir nochmal durch den Tempel gehen. Das kann sein, dass... Oder meinst du hier... Oder meinst du hier runter? Fodlern wir doch einfach mal und schwart dich nicht mögen. Sooo... Hier zieht es ab. W-w-w-w bist denn du... W-w-wiss? Ich bin da durchgekommen. Oh Gott! Oh mein Gott! Warum... Warum rollt dieses Ding runter? Komm, hier rein nochmal. Wir outrunnen diesen Motherfucker. So, jetzt... Ah! Laufen wir nochmal hier zurück. Meinst du, das können wir überhaupt? Ja, das sehen wir doch jetzt. Nicht geht, da geht's halt nicht. Wir können wenigstens sagen... Wir hätten's probiert. Shit. Wir haben's probiert. Wir haben's probiert. Scheiße! Weil wir sind da einfach reingelaufen, aber da war noch ein Weg. Da hätte der letzte Truck stehen können. Shit. Wie viel spielen wir denn schon? Wie viel Zeit? Keine Ahnung. Zeit genug. Bam! Zeit genug. Ah ja, zum Glück könntest du auch schneiden, ne? Ja, ja. Anfang, Ende, Renderknopf drücken. Komm schon. Wo kommen die nicht alle her? Da, guck mal. Das macht dann so... Dann ist da unten rechts meine Anzeige voll. Ja, genau. Das ist ja bei mir auch so. Aber was man dann machen muss... Wahrscheinlich Start, Select, LR. Und dann resetet das Spiel. Ach nee, da war ja Abgrund des Todes. Ja, dann lass doch nochmal... Prophylaktisch den Fluss komplett runterlaufen. Prophylaktisch. Yay! Diese Mauer darf man springen. Also an dem Ufer hier. Meinst du, da liegt ein Truck im... Im Waterfall. Chasing Waterfalls. Was geht ab? Sie sehen mich rodeln. Da oben ging's ja nicht mehr. Das wäre natürlich jetzt schade, wenn wir dort den letzten Truck verpennt hätten. So, hier runter, das probieren wir nicht nochmal, ne? Sie sehen mich rollen. Sie hegen... Sie sehen mich rollen. Mr. Rowland, rollen. Mr. Rowland, rollen. Oh Gott, das ist... Oh, Roland. Meinst du, der Truck ist der letzte? Nee. Der da? Der brennt ja schon. Was ist der noch? Die Sounds sind geil, ne? Da rechts war auf jeden Fall nix mehr. Das wissen wir. Da haben wir gründlich geguckt. Da, 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 da. Hier unten ist leider auch nix, ne? Nee, ne? Tja, das war's auch hier. Ja. Ja, schade. Schade, schade. Kann natürlich sein, dass wir den echt jetzt... ...vergessen haben irgendwo. Meinst du, wir kommen dann mit Krieg 17 nochmal drüber, über den zerbröselten Scheiß? Krieg 17? Meinst du, da kannst... Kann man noch was reißen? Kann das probieren. Hallo, wir würden gerne etwas reißen. Ey, wenn du so durchs Wasser hässt, echt. Hast du gewonnen. Halt! Also, ich weiß ja nicht, wie es mit dir ist, aber ich hab keinen Bock, darunter zu springen. Guck mal, das ist ja der Tod. Ja, ich... Ich muss dir zustimmen. Ist okay. Schade. Schreibst du in die Comments, ob der letzte Truck da hinten war? Vielleicht kommt der letzte Truck auch hier im Tempel. Im Tempel liegt er rum. Oder meinst du, der war noch weiter am Anfang? Von wo kommen wir überhaupt? Guck mal, das ist doch Glitzersteinchen. Vielleicht liegt da ein Truck an der Klippe. Hallo? Wo kommen wir denn da hin? Wo kommen wir denn da hin? Wo kommen wir denn da hin, wenn wir da so weitermachen? Ne, das ist die, hab ich zuerst gesehen. Da liegt doch bestimmt einer verborgen. Ah. 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 Schade, dass wir da hinten nicht mehr langkommen, da. Ob da da. Langkommen da da. Na, da mal ab in die Tempel auf der... Die Gruppe des Todes. Spin Groove. Wey. Hey. Das war dann also der ausführliche zweite Teil. Leider haben wir... Hä? Rote Schäden? Haben wir gesammelt? Haben wir schon gesammelt? Die gab's jetzt gar nicht mehr, hä? Weißt du Bescheid? Ja, schaltet auch demnächst wieder ein, wenn wir uns... Wenn wir aktiv abnehmen mit Guardian of the Light. Und Hechtrollen durchs Wasser. Hechtrollen. Tschöö. Tschöö. Tschöö.